ok das ist ein Glas jetzt musste ich mal starten ist der Speicher durcheinander gekommen ja die frage ist auch wieso werden manche sachen die frage ist wieso werden manche sachen die Hotkey Leiste gelegt und andere nichts warum werden Steine kommen Steine in die Hotkey Leiste verstehe ich nicht eine Spitzacke eigentlich bricht hier eine Schaufel stimmt wenn ich eine Schaufel hätte vielleicht reicht das noch ein bisschen ja da würde ich sagen das ist okay wenn man Erde wenn man sich mit der Hand durch die Erde buddelt das würde schon gehen vor dem Weg noch Wasser ich wollte noch ein Haus weiter ja gut da haben wir eine Schaufel Wasser brauchen wir nicht ein Lighter Grass-Car-Radiator gut Ja, das Gebiet sieht natürlich nicht so hübsch aus hier. 12 Uhr, aber man sieht besser, man kann besser kämpfen und nicht behindert durch irgendwelche. Sachen und das ist ein Haus mit Balkon, ein Haus mit Balkon, sieht gar nicht schlecht aus. Aber da müssen wir erstmal ein bisschen aufräumen. Mist. So, das gefällt mir aber ziemlich gut hier. Machen wir es mal außen rum mit ein paar Fackeln. So, dann haben wir noch 16. Das ist ein schöner Aufgang, das ist ein schönes Haus. Cool. Auf den Balkon. Aha, das ist wieder nicht so gut. Wie soll er nicht da hochkommen? Hier ist eine Leiter. Okay, das war nicht gut. Hoffentlich haut das noch hin. Dachte ich mir schon halb, dass da... Also die Axt scheint mir besser zu sein als der Schläger. So, das wird knapp mit der Zeit. Und jetzt. Gut. Gut. so und hier möchte ich schon abbrechen können das die mir nicht wieder hier ins Visier geht, ins Anvisieren geht, naja so mit den Hunden habe ich erledigt hier im Schatten, hier bräuchten wir auch noch Fackeln, aber ich habe nicht mehr genug so, jetzt muss ich erstmal die Leiter wieder hin bauen, mache ich vielleicht am besten hier so Oh Mann ey. So, ich habe jetzt keine Zeit mehr hier. Oh Mann, ich kann doch nicht schon so voll sein. Lucky Shot. So, hier kann man gut sehen, was sich bewegt. Und da müsste ich ja dann auch raus. Das heißt, ich würde dann ungefähr eine Treppe hinbauen. Oh Mann ey. Wisst ihr nicht, dass ihr nervt? Was ist denn das für eine Burn victim? Ich habe die Leiter nicht. Ich habe die Leiter nicht. Oh Mann. Das ist nur die eine. Leiter, leiter, leiter. Oh Mist. Ich sehe es nicht. Waagerecht. Das ist ein Schatz, oder? Oh, da haben wir sogar ein bisschen. Cool. Ein bisschen ein Flachdach. Perfekt. So, genau. Hier kann man schön sehen, was sich tut. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. So, natürlich werden die sich hier sammeln. Einwand safe. Einwand safe. So, falls ich ausweichen muss. Die Stühle nerven natürlich auch brutal. Ich dachte, die muss man abschlagen. So, hier ist eine Fackel. Ins Haus werde ich kaum gehen. So, vorne eine Fackel. Hier dahinter noch eine Fackel. Außenrum waren sie auch gebremst. Da noch und aufs Dach. Oben muss noch was hin. Habe ich noch Lumpen? Nein. Nicht, dass mir da noch einer spawnt da rum. So, vielleicht da. Okay. So, hier sieht man auch dann wo man runter muss. Gut, gut, gut. Also Schaufel haben wir. Wunderbar. Dann gibt es erstmal Kisten. Dies. Ich hab die da nicht fallen lassen, oder? Okay, auf Glas kann man nicht bauen. Schade. Dann, dann, dann. Dann muss ich runter gucken. Hm. Hm. Notausstieg. Braucht man auch nicht unbedingt. Zur Not kann man dann den Stein noch abschlagen. Gut. Hält auch. Okay, dann geht's zur Kiste. Okay. Also das Holz scheine ich nicht wegzunehmen. Wo ich natürlich jetzt keine Fackeln habe, ist auf dem schrägen Dach. Aber ich schätze mal, da wird nichts spawnen. Da ist noch ein Wasser. Dach, man kriegt's weg, wunderbar. Und dem hat auch kein Mensch. Der hat eine Spitzhacke. Moment. Das ist auch zu laut hier. So. Die zwei können erstmal bleiben. Okay, dann komm ich hier hoch. Zumindest für das erste komm ich da hoch. Hier ist also der Eingang. Dann... Das ist in der Mitte die Forge und links sind die Kisten. Und rechts. Das ist auch los. Das ist das, was ich da hoch. Und rechts. Das ist das, was ich da hoch. Und rechts. Und rechts. Und rechts. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, dann mache ich da mal das Essen rein. Da die Waffen. So, hier wird dann irgendwo das Forge-Zeug sein und hier kommt mal der ganze Crab rein. Weil ich noch nicht weiß, was damit machen. So, hier ist die Waffen. So, hier ist die Waffen. Aber da wird es ziemlich voll werden, schätze ich mal. Kann das mal hier rein. So, der Rest. Ist eigentlich okay so. Das bleibt mal. Mal gucken, ob man das essen kann. Da war ganz wenig. Da ich denke mal nicht wieder zum Mais so schnell kommen werde. Ja, das kann ich ja auch essen gleich. Na ja, das ist jetzt wieder dumm hier. Okay, das Haus ist ganz in Ordnung. Aber eigentlich wollte ich ja da hin. Na ja, wurscht. Das Holz kostet ja nichts. Rohre Eier. Ja, die Frage ist erstmal hier bleiben. Braben. Graben. 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 Stein für die Forge ja das war's erstmal Halt ist genug da und Wasser brauchen wir das heißt zum Fluss das ist genug da und Wasser das ist genug da und Wasser das ist genug da Ja, da braucht man acht. Pfeile kommen noch mehr mit. Ja, man könnte noch ums Haus rumjagen. Der einzige Knackpunkt sind ja Hunde vielleicht. Ja, da kommt auch schon der erste. Ja, die machen da nicht so viel Schaden. Guck. 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 ja ich überlege jetzt ob ich das aber ich das dann nehmen soll die aufnahme das wäre sozusagen die erste folge die zweite tja überlege ich mir noch im fall des falls bis zur nächsten runde